so liebe leute wir können jetzt mal eine runde counter strike vr ja gut eigentlich pavlof aber eigentlich ist es doch kontrast mit counter strike maps läuft bei euch ich glaube schon so also jetzt muss ich erstmal die karte aufrufen da ist er so wir wollen online spielen europa map oder ist nur einer drauf na guck mal hier sind mehrere nehmen wir mal einfach eine habe juckt die nase stehe ich denn jetzt so krass in luft ach die sind gerade am zocken alles klar jetzt muss ich warten aber guck mal obwohl ich die controller gar nicht habe die finde ich von der wife sowieso total hässlich hey guys jetzt muss ich anscheinend erst mal waren hello baby okay missa okay so Oh, oh. Fuck. 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 Oh, I got it. Shit. Toi, wie krieg ich denn? Das ist fast wieder scheiße. Wie krieg ich? All right, let me get my gun. Come on. Let's go. Fuck. 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 Kopfschuss. Ey, warum habe ich nur eine scheiß Knarre, Mann? Oh, ich habe die Bombe. Ey, ich habe die scheiß Bombe. Ja, ich habe sie. Was ist denn? Fick das? Ja, drop it. Okay. Wollt ihr das, Sir? Oh, shit. Wollt ihr das, sie können von der Brücke nach uns kommen. Oh, shit. Boah. Ey. Oh, shit. Fuck. Toll, ich bin tot. Oh, fuck. Oh, fuck. We wasted too much time. Damn it. Ey, we coulda had that planned out like 20 seconds ago. I probably shoulda thought of. Yeah. Ich verstehe das jetzt nur nicht, warum ich die ganze Zeit nur so eine scheiß Knarre habe. Anscheinend kann man noch irgendwie sich die Munition und die Waffen aussuchen oder so. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie. Normalerweise kriege ich die mal automatisch. Oh. Und. Und. Okay. Okay. Ja, ich hab's. wow oh fuck the way they just did that, the timing oh my god, that was incredible that was incredible the dude made his move and then when the dude got distracted the other dude came up and shot him wow sheita sheita come on buddy you gotta sneeze dammit i got i got six all right we're not winning this right now yeah i'll clear the version come on no 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 ich jetzt auch nicht. Da ist das Arschloch. 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 Ach, was ist das denn? Hallo. Hallo. Aha, die wollen jetzt eine andere Map laden. Ja, so sieht das aus. Ich bin da jetzt einem Spiegel beigetreten und die switchen hier lustig vor sich her. Mal gucken, was die da für ein Level haben. Was ist das denn? Irgendwas ist ja eigenartig. Ich bin da. 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 Also vernünftige Knalle kann ich mir wohl nicht leisten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Let's go. All right. Let's go. Let's go. One down. Oh. Warte. Schauen wir mal. One. Use the bomb. Oh, 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 oh. nehmen. Die mache ich so bei mir fest. Das muss ich die ganze Zeit tragen. Das ist doch kacke. Oh, Rotti spielt Pavlov. Eine things-schuss-kacke-Geräusch. Double-fuck. Und da hat die Scheiß-Kugel mich getroffen. Boah, Kopfschuss. Boah, Kopfschuss. Boah, Kopfschuss. Boah, Kopfschuss. Sagte ich übrigens, mein Englisch ist miserabel? Was ist das denn? Oh, I have sub-bomb. 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 Ok, wie kriege ich das? Ok, wie kriege ich das? Gott sei Dank, ich hab die Scheißbombe nicht. 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 Das war's für heute. Oh, Telefon. Clear. Oh, here. Double kill. Oh. Yeah, let's show you on the show here. I don't want to turn anything down. Can you get anything to respond? Nah, just for sure. Oh, okay. Can we suspect that you're human guys, or what? You probably can't even talk to them right now. What did you lose? Okay, nice to come back. Nice to come back. Nice to come back. Doesn't let me eat anything. I'm gonna laugh at it, and then I'm gonna stop. I'm not having fun with it. Yeah, that's what I'm doing. I'm gonna laugh at it. Yeah, that's what I'm doing. Now come back, you Säcke. I'm gonna laugh at it. Oh, ey, den hab ich gar nicht gesehen. Okay, look at your hands down the side. Because I've learned the hard way in these games. You ain't paying them right? Scheiße, den hab ich nicht gesehen, ey. Wo kam der denn her, ey? Okay. So, jetzt müssen wir wieder alles neu kaufen. Die Waffe war geil. Die Waffe war geil. I'm gonna fly. I'm gonna fly. I'll fly. I'm gonna fly. I'm gonna fly. обще-end. It's clear down there. It's clear. Push up, push up. Clear, komm an! Komm an! Scheiße, Munition war leer. Fuck. Oh, cool. Thanks. Not a problem, dude. Yeah. Okay. 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 Fuck. Da liege ich jetzt, bin verreckt. Das ist voll kacke. 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 Fuck. Das ist voll kacke. 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 Fuck! Oh, did that flashbang get you? I just kinda have an idea Andro's level He has a direct shot, man, you got me Haha Yeah, I just thought I'd come out and I'm just like Someone killed me with a flashbang last night I didn't know I didn't need it, dude Can we find something up? Thank you Rolf, you have to get me in So. Der Kollege von mir ist wohl am Zocken schon. Ich weiß aber im Moment nicht. Rotti ist online. Starte ein Voice-Chat. Ja. Rufen mal an. Ja, toll, toll. Rolf. Rolf. Rolf geht nicht ans Telefon. Rolf. 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 Yo Baby Ja Rolf, du musst doch mal ans Telefon gehen. Er schreibt hallo, aber geht irgendwie nicht ans scheiß Telefon. Da, ich rufe dich an, Kumpel. Ich rufe dich an, Kumpel. Ah, er spielt jetzt Pavlov. Ich rufe dich an, Kumpel. Ich rufe dich an, Kumpel. Mach ein Spiel auf, Mann. Ich rufe dich an, Kumpel. Ach so, ihr könnt das nicht sehen. Ich versuche jetzt gerade mit einem Kollegen beizutreten. Das will ich jetzt zu der Brille treten. Ich mache jetzt Mal Go Home. und noch mal gucken, ob ich den Rolf finde. Fängt schon an zu schwitzen unter der Brille hier. Vielen Dank. Was ist da eigentlich bei dir klingeln? Oh, akzeptieren. Rolf hat mich eingeladen anscheinend. So, jetzt treten wir das Spiel bei. Rolf, wo bist du denn? Ah, da. Ja, was ist jetzt? Ja, ich dachte, du gehst am Anfang mal dran. So, jetzt ist egal, jetzt spielen wir Pavlov. Dann drücke ich mal jetzt da auf mittleren Schall Pavlov. Ja, du auch. Ich bin schon etwas eingerostet. Oh, Rolf. Oh. Rolf hat mir eine Spieleinladung geschickt. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich die annehmen kann. Stand nämlich gerade nix. Jetzt wird SteamVR Home geladen. So, jetzt hat er mir hier irgendwo eine Einladung geschickt. sah gerade so aus. Ja, wo sollen die scheiß Einladungen sein? Wolf, schick mir noch mal eine Einladung. Gebetonnis. Ja, wo sollen die scheiß einladungen sein? Ich gucke jetzt nochmal in dem Spiel selber. Irgendwo muss ja hier so eine Einladung sein. Was? geht das denn kann ich so eine Einladung schicken ja, Rolf hat mir wieder eine Einladung geschickt und wo? raffe ich nicht starte Voice Chat wollen wir auch nicht los? ja, Rolf hat mir wieder eine Einladung geschickt Kapiere ich nicht. Wie kann man hier Freunde einladen? Muss ich jetzt jeden Raum hier durchsuchen oder was? Jetzt muss ich hoffen, dass Rolf jetzt da ist, da drin ist, oder was? Hallo? Oh Rolf, Rolf ist hier drin. So. Vielen Dank. 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 Rotti. 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 Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Nink mal. Halt mal den. Ah, du kannst mich hören. Ich kann dich aber nicht hören. Pass auf, du müsstest hingehen und bei Windows musst du, du hast bestimmt bei Windows nicht dein Headset ausgewählt. Wenn du auf Windows klickst, unten rechts in der Leiste, da ist ja das Mikrofon, das ist ja Audioeinstellungen und so. Das muss alles auf Rift stehen, sonst hören wir uns nicht. Also du hörst, du hörst, ich hör dich nicht. Ja, guck mal bei Windows, unter Audioeinstellungen. Und da muss alles auf Rift stehen. Das heißt, dein Mikro muss auch auf Rift stehen. Audioeingangsgeräte. Sobald ich dich höre, sage ich dir Bescheid. Ups. Habe ich dir einen Stochen? Das ist gut. Da haben wir Besuch jetzt. Ne. Jetzt sind nur wir beide. Ich bin unbewaffnet. Nicht schießen. So, hast du jetzt eingestellt gekriegt. Ja, ich kann dich aber immer noch nicht hören. Du weißt auch nicht, wo du an das liegt. Also in der Windows Audioeinstellung steht jetzt alles auf Rift. Richtig? Ah, okay. Ich kann dich nicht hören. Ich kann mich auch mit dem Messer massakrieren. So, jetzt kämpfen nur mit Messer. Ich habe jetzt nur ein Messer. Komm mit Messer. Schmeiß die Knarre weg mit dem Messer. Ey, nicht schießen. Ey, 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 ey. Das ist doch kein Messer. Na gut, er will Krieg spielen. Dann soll er Kriegsspiel haben. Er ergibt sich. Was ist los? Ist kacke, dass man sich nicht hören kann, ne? Ach du Scheiße, jetzt willst du was schreiben. Dann musst du auch noch in Spiegelschrift schreiben. Soll ich jetzt raten? Ich soll raten. Geil. Kopf. Kopf? Ich bin klein. Du wolltest sagen, ich bin klein? Nein. Okay. Das sieht irgendwie voll behindert aus. Oder was? Ich habe ein Geschenk. Wolltest du es haben? Hier. Schenke ich dir schon so was tolles? Oder wir werden? Was soll das denn? Hast mich doch nie erschossen. Was? So, Rolf. Vielleicht musst du das Spiel auch nochmal neu starten. Und wenn du es neu startest, dass du dann alles auf Oculus Rift umstellst, in deine Audio-Einstellung. Du hast ja unten rechts hast du ja diesen Lautsprecher abgebildet, an der Uhr unten rechts von Windows. Ja, er hat es neu gestartet. Okay, dann warte ich jetzt hier. Setzen wir uns einfach mal und warten, bis er kommt. oder sollte ich auf dem Handy gucken, meinte er das vielleicht. Nee, da ist nix. Ah, der macht mich fertig. Uuuh. aha jetzt kommt er anscheinend ob er das findet ich gucke auch noch mal eben settings Kamera Kamera ach da ist er ja sag mal was ich höre jetzt gerade nur rauschen bei dir glaube ich als ob du das falsche Mikro ausgewählt hast ach der Rolf muss ich mal gucken ich gehe mal auf dem desktop ich gucke mal ob ich hier irgendwo was finde zum einstellen controller k k k k k k k Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann sie Rolf nicht hören. Schauen wir mal. Power Management. Oh, jetzt rauscht und mehr. Irgendwas hast du gemacht. Ach, also sobald ich dich höre, schreie ich. Hm, also irgendwas ist da komisch. Ja, was kann das sein? Ähm, du musst dein Mikro als Standard Mikro auswählen bei der Rift. Also wenn du in deinen Audioeinstellungen bist, in deinen Audioeinstellungen, ähm, also unten rechts der Lautsprecher, da mit der, ich glaube mit der rechten Maustaste drauf. Und dann kommst du in dieses Audio-Menü und in dem Audio-Menü steht dann Wiedergabegeräte, Audio-Wiedergabegeräte. Da musst du rein. Und dann muss da die Rift drinstehen, die Oculus Rift. Und da machst du dann, ich glaube rechte Maustaste und dann als Standard Kommunikationsgerät hinzufügen. Dann müsste ich dich eigentlich hören. Ich hoffe, der hat da mir jetzt zugehört. In Audioeinstellungen die Rift als Standard auswählen. Standard Kommunikationsgerät für Audioeingänge. Eingänge. Also Mikro. Da die Oculus Rift als Standard auswählen. Ja, jetzt höre ich dich. Ja, das ist bei mir ganz anders. Bei mir, ich bin das sehen doch auch. Habe ich auch. Aber da muss ich dann, ähm, irgendwie heißt das hier anders. Ist egal, geht jetzt. Ja, genau. Kopfhörer habe ich Audio-Rift reingegeben. Dann muss ich in die Aufnahme gehen. Und da muss ich nochmal ein Mikrofon einstellen. Egal, jetzt höre ich dich. Ja, ähm. Praktisch, ich bin immer in diesem blöden Trainingsraum. Ich weiß nie, wie ich so richtig aus dem Trainingsraum auskomme. Du willst am Anfang immer in diesen Trainingsraum. Äh, hast du das überhaupt schon eingestellt? Also, du musst da ja, wie, wie läufst du? Das machst du ja mit dem Stick, ne? Ja, genau. Das geht. Aber der läuft immer, der läuft immer da, wo ich hingucke gerade, ne? Ja, du musst in den Settings rein. Ähm. Ja, ich weiß nicht wie. Musst du mich mal eben da durch das Menü führen, ne? Warte mal. Ja. Jetzt in diesem Raum, Main-Menü. Ja, richtig. Da bin ich jetzt auch. Aber ich glaube, du kommst jetzt gar nicht in den Settings rein, weil... Oder? Kommt man da jetzt rein? Warte mal. Muss ich mal eben selber gucken. Auf jeden Fall da mit hier ist das Haus schon drin. Das muss ich mal wegmachen. Ja, das habe ich ja auch. Ne, ich glaube, du kommst jetzt nicht in den Settings rein, weil du, äh, in dem Spiel hier drinne bist, wie sie miteinander verbunden sind. Ähm, da musst du, musst du einen Haken setzen, da bei, irgendwas mit Hand. Äh, hier steht ja, Open-Menü-Switch. Menü-Button und Trigger-Button. Äh, to close the top. Der Trigger ist, der Trigger ist ja der Zeigefinger. Ja, richtig. Ja, und was ist das Menü? Ähm, ja, normalerweise ist das, wenn du, wenn du die B-Taste drückst. Oder die B-Taste oder die Y-Taste. Ich bin jetzt hier direkt wieder auf die, auf die, kann ich jetzt aussuchen. Bridge, Team-Deet-Match, offiziell, Detect. Ja, richtig. Das ist jetzt, weil du mit mir verbunden bist. Da würde jetzt normalerweise ein Menü kommen zum Einstellen mit deinen Händen und so. dann müsstest du dich einmal kurz Team Deathmatch spielen. Ja, können wir mal. Team Deathmatch. Ja, wie komme ich da jetzt rein? Kann ich nicht anklicken. Nee, du bist ja rausgegangen. Kann ich jetzt mal anklicken. Hast du die Karte Sand? Ja, ne? Ich weiß nur, dass ich hier bei dem ein bisschen dummisch gehe. Jetzt geht es. Sand? Ich kann gar nichts klicken hier. Aber du hast doch Sand, ne? Boote to Start. Ja, was ist denn? Warte mal. Ja, eine Runde. Mach das doch mal aus. Sand habe ich jetzt. Kann ich jetzt nicht. Ja, jetzt müsste ich starten. Team, mach das auch nicht. Mit dem Comabit läuft. Was soll ich ausmachen? Kamera. Dann dreh die Kamera einfach weg. Ja, dann dreh das aus. Du musst gucken, was wir... Tag. Da. Ja. Ich muss mich auf. Dann kommt doch. Ich muss mich auf. Ich muss mich auf! Tricksack Hörst du mich noch? Hörst du dich ausmachen? Ja gleich Hörst du dich ausmachen? Ja gleich dich! No! Ja! Komm at me! Ja! Timo, mach das aus. Ja, sofort. Ja, sofort. Ja, sofort. Ja, sofort. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin jetzt drüben. Was macht das komplett aus? Ah, ich glaube ich. Ich kann mich nicht enden. Was ist das? 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 Das sieht so abgelaufen aus. Timo! Ja, gleich! Mach das besser. Wie denn? Was ist mit der Nacht? Dann macht das ganz alles. Geh, Geh, Geh! Ja, wassup? Was ist der Tag? Was ist der Tag? Ich habe einen 5. Ich habe das Spiel. Oh. Warum ist er nicht in Mark Zuckerberg's Pockets? Oh, ja. datacenter roti ich höre dich nicht ja ich höre dich aber ach jetzt höre ich dich wo muss ich den jetzt drauf drücken ja ich habe auf start gedrückt ja klar 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 Was ist das? 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 Kontakt. Kontakt. Oh 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 Yeah I can't even scrap him bro Oh I can't even scrap him bro Oh That was fun Do a good map I wish I'd done this first I don't cross the map I don't cross I don't cross I don't cross I love the trick Gmo? Who's not there? Yeah But we don't always play together in a team No You have to change the team What? How do you do that? Oh 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 I I So The good map Here we go Can I scour your guns? Oh my god Can I scour your hands? It's this ok? I'm not holding silence Ok Ok Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? Scht! Scht! Yeah, that's right, get stabbed. And your friend! Oh, Lorda went through his legs! Come on, God. Sscht! 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 Pssst! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nothing personal The netcode ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020